Ein Klassiker ist endlich zurück, die VNX Black Horizon Original. Alle Details jetzt in diesem Video. Wer die optimale Heimkino-Bildqualität in einem Wohnzimmerkino anstrebt, der kommt um eine spezielle Kontrastleinwand eigentlich nicht herum. Denn nur so eine Kontrastleinwand ist in der Lage, das Streulicht des Raumes zu filtern und nur das pure Bild in Richtung Zuschauer zu reflektieren. Ja und unter den Kontrastleinwänden wiederum, da hat sich in den letzten Jahren gerade die VNX Black Horizon besonders etabliert, weil sie eine extrem gute Balance aus Helligkeit, Farbwiedergabe, Blickwinkelstabilität und überhaupt Bildqualität und Kontrasterhalt geboten hat. Vor zwei Jahren allerdings wurde die VNX Black Horizon dann überarbeitet. Sie wurde noch universeller gemacht, sie wurde noch was heller gemacht und hat das Licht noch besser gebündelt. Und dadurch wurde sie auch wesentlich tauglicher noch für die Projektion tagsüber mit verschiedenen Quellen wie Fernsehmaterial, Videospiele und so weiter und so fort. Und damit wurde die Erfolgsgeschichte der VNX Black Horizon auch weitergeführt. Aber diese Bright TV Variante war wie gesagt mehr universell einsetzbar. Und gerade die Fans von Spielfilmen und Serien, wo ja die Gewichtung ein bisschen anders liegt, die haben der Black Horizon Original, die dann aus dem Programm genommen wurde, hinterhergetrauert. Ja, aber jetzt ist es soweit. Die ganzen Wünsche der Filmfans wurden erhört und die Black Horizon ist wieder da in der Original-Form, allerdings tatsächlich noch im Detail verbessert. Und das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail auch an. Hier sehen wir sie nun live und ausgefahren, die Black Horizon Original. Sie kommt aus derselben Manufaktur. Demnach ist sie natürlich auch in ihrer Grundstruktur gleich geblieben. Der elegante Kasten mit Backfall. Backfall bedeutet, dass das Leinwandtuch von hinten aus dem Kasten kommt. Das gibt es wahlweise in weiß oder schwarz. Das gleiche für die Gewichtsstange, auch wahlweise in weiß oder schwarz. Hier haben wir zum Beispiel eine schwarze Stange mit einem weißen Rolltuch. Ja, dann das Tuch selber. Das wurde tatsächlich nochmal verbessert. In den optischen Eigenschaften ist es identisch zu Original, aber es wurde deutlich dicker gemacht, stabiler gemacht und auch das Tension-System angepasst. Auch das gibt es übrigens in verschiedenen Farben, das Spanntuch. Und dadurch wird das Tuch nicht nur stabiler, sondern auch diese berühmten Wickelrollenstreifen, also diese leichten horizontalen Abdrücke von der Walze, wenn man das Tuch herunterfährt, das wird damit deutlich minimiert. Wir haben das eben auch mal ausprobiert. Das Tuch war eine ganze Zeit eingerollt und auch relativ kühl hier in unserem Filmraum zuerst. Und als man das runterfuhr, das Tuch waren am Anfang leichte Wickelrollenstreifen zu sehen. Und die sind tatsächlich jetzt nach einer Stunde komplett verschwunden. Das ist also tatsächlich sehr schön mit dem stabilen und dickeren Tuch. Bei der Bildgröße gibt es verschiedene Standardgrößen, aber natürlich kann sie auch maßgefertigt werden. Erkundigt euch hier beim VNX-Fachhandel, die können das damit euch genau planen. Das Original-Tuch bietet auch einen längeren Vorlauf. Die mögliche Maximalhöhe beträgt 2,15 Meter. Jetzt kommen wir schließlich zur Bildqualität. Was macht die Black Horizon Original denn im Detail jetzt genau anders als die Black Horizon Bright TV, die natürlich auch weiterhin im Programm sein wird. wird man also ab sofort die Auswahl hat zwischen diesen beiden Varianten. Ja, dazu schauen wir uns jetzt einfach mal ein Vergleich in verschiedenen Bildaspekten an und erklären, was jetzt unterschiedlich ist. Das können wir auch mal hier so ein bisschen anschaulich machen mit diesem Splitscreen-Effekt. Das ist die Black Horizon Bright TV und das ist die Black Horizon Original 2.0 sozusagen. Ja, schon auf den ersten Blick, auch in diesem YouTube-Video, wird man sehen, dass die Bright TV ihrem Namen entsprechend heller ist. Sie hat ein Gen von 1,2. Das bedeutet, dass sie das Beamer-Bild tatsächlich um 20% heller macht. Sie holt da etwas mehr Licht raus, indem sie das Bild Richtung Zuschauer bündelt. Ja, und die Black Horizon Original, die liegt mit dem offiziellen Gen bei 1,0. Wir haben das ja natürlich mal nachgemessen. Real oder realistischen Gesichtspunkten liegt sie ungefähr bei 0,9, aber sehr nah an dem neutralen weißen Tuch, das ja auch ein Gen von 1,0 hat. Das heißt, diese Leinwand gibt die Beamer-Helligkeit ungefiltert wieder zurück, ohne es zu pushen oder auch stark zu minimieren. Das hellere Bild ist natürlich auch in helleren Räumen tagsüber besser zu benutzen. Wenn man also tagsüber auch Serien schauen will, Fernsehen schauen will oder auch Videospiele schauen will, dann ist die Bright TV, deshalb heißt sie auch TV, Bright TV, einfach universeller einsetzbar. Wiederum, wenn man abends unter kontrollierten Lichtbedingungen ohne Sonnenlicht Spielfilme genießen will, vielleicht auch bei Abdunklung, da eignet sich dann die Original, weil sie eben da ganz neutral sich verhält und das ist gerade bei Spielfilmen und hochwertigen Serien sehr von Vorteil, weil das Bild einfach dann diesen richtigen Charakter erhält. Und weil die Leinwand natürlich vom Gen neutraler ist, ist auch ihr Schwarzwert dunkler, denn wenn eine Leinwand obenrum etwas heller wird, wird auch der Schwarzwert etwas gebündelt und heller. Hier ist die Original dann überlegen, sie bietet ein dunkleres Schwarz, was wiederum in dunklen Filmszenen und Serien zugutekommt. Bei Fernsehmaterial ist das weniger entscheidend, aber gerade bei Spielfilmen hat sie dann einen besseren Schwarzwert. Und vor diesem besseren Schwarz können sich auch Farben und Konturen besser abheben. Sie wirkt dadurch also plastischer in dunklen Szenen und die Farben kommen kräftiger zur Geltung. Ja und last but not least, durch die geringere Streuung ist sie auch in Sachen Blickwinkelstabilität etwas besser. Das heißt, wenn man etwas abseits vom Zentrum sitzt, hat man noch mehr Helligkeit, als das bei der Bright TV ist, wo der Sichtwinkel ein bisschen mehr eingeschränkt ist. Die Black Horizon Original ist also für all diejenigen die erste Wahl, die abends unter kontrollierten Lichtbedingungen Spielfilme genießen wollen, während die Bright TV durch ihre höhere Helligkeit einfach noch universeller für TV und so weiter und so fort einsetzbar ist. Ja, wie immer gilt es aber mit den eigenen Augen die richtige Wahl zu treffen und deshalb empfehlen wir beide Tuchvarianten bei einem V&X Fachhändler in der Nähe selber einfach mal zu vergleichen, zu genießen und sich dann zu entscheiden. Ja, das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns schon bald wieder mit dem nächsten Video. Euer Ecki Schmidt. Bis dann. Tschüss. Schnal. Tschüss. Entschuldigung. Du bist erfolgreich. Urge. Absatz. inning. Absatz. Absatz. Die Glocke. Absatz.